In diesem Video geht es um die Jazzsängerin Ella Fitzgerald. Ich erkläre dir, wie sie es zu großer Berühmtheit brachte. Außerdem bekommst du einen Einblick in ihr Leben. Ella Fitzgerald war eine berühmte amerikanische Jazzsängerin, die oft die Königin des Jazz genannt wurde. Sie wurde am 25. April 1917 in Virginia, USA, geboren und wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Trotzdem wurde sie eine der bekanntesten Sängerinnen der Welt. In diesem Video lernst du Ella Fitzgerald und ihre Musik besser kennen. Als Ella 15 Jahre alt war, verlor sie ihre Mutter und musste mit ihrer Tante leben. Um Geld zu verdienen, sang sie auf der Straße. 1934, als sie 17 Jahre alt war, nahm sie an einem Talentwettbewerb im Apollo Theater in New York teil. Dort gewann sie den ersten Preis und wurde sehr bekannt. Das war der Beginn ihrer beeindruckenden Karriere. Ella Fitzgerald hatte eine besondere Stimme, die ihr half, viele Menschen zu begeistern. Sie konnte hohe und tiefe Töne singen und ihre Stimme klang sehr klar. Sie sang viele verschiedene Arten von Liedern, aber am meisten liebte sie Jazzmusik. Ella hat mit vielen berühmten Musikern zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Louis Armstrong, einem berühmten Trompeter. Ella Fitzgerald hat in ihrer Karriere viele Preise und Auszeichnungen gewonnen. Sie hat 13 Grammy Awards bekommen. Das sind wichtige Musikpreise. Sie hat auch mehr als 40 Millionen Alben verkauft. Das ist sehr viel. Ihre Lieder wurden in vielen Ländern gehört und geliebt. Ella Fitzgerald starb am 15. Juni 1996, aber ihre Musik lebt weiter. Viele Menschen hören immer noch gerne ihre Lieder und sie ist eine Inspiration für junge Sängerinnen und Sänger. Ella hat gezeigt, dass man trotz schwieriger Umstände erfolgreich sein kann, wenn man Talent und Durchhaltevermögen hat. Eine Musik lebt. tid